Hier im Stadterweiterungsgebiet Oberes Hausfeld werden in einigen Jahren 9000 Wienerinnen und Wiener leben. Sie werden hier wohnen, sie werden hier zur Schule gehen, sie werden hier einkaufen und einige werden hier auch arbeiten. Jetzt in der Planung achten wir besonders darauf, dass dieser Stadtteil klimagerecht wird. Einerseits untersuchen wir jedes Projekt schon im Vorfeld darauf, dass es so gemacht wird, dass es auch an heißen oder windigen Tagen hier angenehm sein wird. Auch der Park in der Mitte mit ungefähr vier Fußballfeldern größer wird ein angenehmer Aufenthaltsort sein. Und zweitens bieten wir attraktive Verkehrsanbindungen. Zwei U-Bahn-Stationen, aber auch drei Mobilitätsstationen wo man sich Lastenräder, Elektroautos, Elektroräder ausborgen wird können. Damit vermeiden wir Autoverkehr und leisten einen Beitrag zu mehr Klimagerechtigkeit. Autobahnbindungen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Veränderungen. D�� nummer. Schfallsropolis. Hierin 1 RekopSTia. Version Lasstasynchronladես